ja hallo und da sind wir auch wieder mit let's play terraria und diesmal bin ich wieder bei ihm ja und sein pc wird jetzt platt gemacht ja aber auch erst morgen leider eigentlich okay es läuft ja okay gut nicht mehr okay das ist so ich die hülle nicht gesehen habe würde ich nur sagen die ich da mache ich auch mal sagen und logischerweise waren wir auch eigentlich in der hülle aber als ich das spiel gestört habe war ich immer wieder am bett naja wie spontan bett so wie es ist genau okay umfassen dann müssen wir ein bisschen so ich frage mir einen links lang genau da waren wir links 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 schlecht komm her also darunter ich bin wirklich gern jetzt glaube ich gar nicht gesehen immer einfach weiter ok da unten ja da unten ok ok da drauf springen auf diesen vorsprung sag ich jetzt mal da unten ok ziemlich dunkel mir ist aufgefallen dass ja auch noch eine höhe egal weiter geht's naja hauptschwander jetzt dann ganz unten da habe ich mich runter geraten ist noch vom anderen gang ich habe ja auch alles gemacht so jetzt hier nach unten so ich war ja nicht dabei so jetzt kommt nein das kommt jetzt noch nicht hast du denn schon was schönes gefunden erst mal gehen wir da unten hin ja ich habe doch schönes gefunden also ist gut gehst mal da unten hin geht auch so scheiße nein jetzt geht ja rechts so hui auslangen komm her da unten ist wie ich gestern schon gemerkt habe im wasser aber wie ey du du hast einen trank du hast einen trank oh der ist ein leben gedroppt kannst du auch gleich einsammeln komm kannst du wieder 20 nehmen ich bin egal naja jetzt ich springe mal nach unten da unten ist wasser keine sorge yay klatsch so und dann muss ich jetzt wieder rechts weg da ist der sand den ich gefunden habe deswegen haben wir jetzt auch gläser und so naja der muss jetzt aber nicht abbauen weil er sonst das ganze Wasser hier wieder runter lüft und musste da runter springen ich weiß es gar nicht mehr wir gehen einfach mal weiter rechts ach ja genau hier wollen ja die Gläuenmaschungs ja die Gläuenmaschungs genau und da ist ne Bett und das ist schlecht ok 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 ganz ruhig ganz gechillt gehen wir jetzt da runter und killen diese und lassen wir uns abmutschen von der scheiß Ledermaus kuck mal du komm jetzt hin komm jetzt hin da bist du blöd kann ich von denen nicht angreifen wenn ein Stein vor ist haha ok 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 ", ist sie blöd ey lol aua das sind die ganzen Gläuenmaschungs ey das sind schon wieder neue gewachsen und ein Gerbesleim da irgendwie da in der Klemme hängt. Ja, toll. Aber jetzt hatten wir Ärzte, na egal, wir machen jetzt weiter. So, geh mal da oben hin, kannst du hochspringen. Von dem Stall nach wird das vielleicht gehen. Der muss sich da vielleicht ein bisschen hochbauen. Nein, scheiße. Ja, gut. Ja, der Dreck. Nein, komm schon, mach ich das anders. Piep. Piep. Ach, komm schon. Na, komm schon. Was ist das? Das leckt, das leckt. Das ist cool. Ich brauche ja nicht. Äh, Leute. Wie gesagt, Leute, ich habe kein Game aufzählen. Jetzt kannst du es, glaube ich, schon. Jetzt kannst du es. So, jetzt geht. Darum war mir nicht, weil es kann in der Mountain reich zwang. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte war. Ein Mann und ein Schwert und ein schöner Kopf. Abmuxig. Ich würde sagen, lass mal. Ich spring mal da hin. So, wo ist es? Aber ich spring mal da rechts hin. Ui! Oh, scheiße. Das ist ein Mutterschleim. Da muss ich jetzt gucken, dass wir den irgendwie wegkriegen. Ja, genau. Aber springen wir einfach auf die linke Seite. Vielleicht springt der dann ja runter. Oder darüber springt, dann ist es scheiße. Gott. Ich hasse Mutterschleims. Das sind meine Erzfäune. Alles klar, dann springen wir jetzt mal runter. Aber es ist eigentlich ein Scheiß. Naja, du kannst weiterspringen. Spring weiter als der Mutterschleim. Ja. Oh Gott. Und hier haben wir nicht mehr weiter gemacht. Glaube ich. Ich glaube genau hier. Ist nochmal Licht? Eine Fackel? Licht. So, genau hier. Oh Gott. Genau hier haben wir nämlich weiter gemacht. Das weiß ich, glaube ich. Noch. Wir waren in diesem grauen Bezirk hier. Oh Gott, da ist ein Blechflamm. Ich hasse es. So. Das ist auch schon die erste Fackel, die wir heute gesetzt haben. Dann musst du jetzt gucken, dass wir die hier erstmal kaputt kriegen. Da kommst du nicht hin mit dem Schwer. Du musst da irgendwie rundherum. Ach, sieh da unten. Oh, hoffentlich geht es da unten weiter. Ich habe keinen Bock nochmal. Jetzt müssen wir uns wieder. Nimm einen Trank. Du kannst doch jederzeit. Nimm einen Trank, einen Trank, einen Trank. Slamed. Okay, das ist schlecht. Ich habe gemurkst. Eiskalt. War schon wieder gehettet? Nein, nicht gehettet. Aber auch egal. What the fuck? Das ist das Bett. Das Chest, das wir nachtschreiben wollen. Ein paar Sachen drin sind. Und das ist unser Glaskönig. Ja, ja. Also, ich will mal kurz. Nein, ich will mal kurz. Ey, ich gehe mal kurz oben zum Chest. Gehe mal kurz oben zum Chest. Jetzt, ich will mal kurz kurz gucken. Guck mal rauf. Äh, das will ich jetzt mal gucken. Oh! Ach ja, genau. Nimm mal neuen Eisenbaum. Iron, ja genau. Mach. Irgendwo rein. Jetzt gehen wir zum Ofen. Okay. Hm. Ja. Hm. Jetzt kannst du hier craften. Nehmen wir craften. Und dann gehen wir nach unten. Hm. Mach doch. Hallo, andere Seite. Ach so. Warum? Ja. Ich gehe mal nach ganz unten. Da. Da ist es. Dieses Silberblock. Da. Ja, genau. Ne. Ach doch. Ja, warte mal kurz überlegen. Oh, ein Ei. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Ich muss mal gerade was gucken. Okay. Zwei Zombies und ein Ei. Das ist... Irgendwie, Leute, ist das gerade ziemlich unlogisch. Eigentlich könnte ich mir jetzt ein Dings-Problems machen. So ein Schmiedeteil. Warte mal, vielleicht geht das ja auch bei der Crafting-Kiste. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Jo. Hier sind wir. Gut, das ist gut, das ist gut. Was ist das denn von dem? Damit kann man nicht raus holen zu schmieden. Ach. So, das ist gut für die. Und Waffen. Das ist die. Das ist Schmiede. Teil, was du bei jedem Spiel einer Schmiede siehst, können wir schon nochmal schmieden. Ja, ein Eimer. Was bringt das jetzt momentan nichts? Deswegen würde ich mal sagen, du hast den ganzen Spass erstmal wieder da rein. Äh. Oh. Ja. Genau. So. Okay, was machen wir jetzt noch? Gehen wir mal wieder ins Dungeon. Oder ich würde sagen, wir machen... Nein, nein, wir machen weiter. Okay, aber hier ist ein Ei. Das machen wir alles. Ja, dann müssen wir das jetzt mal... Okay, das sind zwei. Ihr killt die mal beide. Wir brauchen später noch ein... Wir brauchen später noch... Also wir brauchen zehn Linsen um... Falls wir... Das sehr unwahrscheinlich ist, aber... Falls wir ein Demi-Ei-Alter finden... Und uns dann den Demi-Ei-Boss spawnen können. Übrigens, Leute, nur mal so zur Info. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass auf einmal der Demi-Ei-Boss einfach angerast kam. Mitten in der Nacht. Einfach so arrived. Tja, aber... Das war noch bei den anderen Charaktern. Jedenfalls kann das auch mal passieren, dass auf einmal ein Boss vor uns vor eurer Haustür steht. Und neue ganzen NPCs killt, falls ihr welche habt. Das war mir der Fall. Aber ich habe die, sage ich jetzt mal, gerettet, indem ich woanders hingegangen bin, weil der Boss nicht immer nur angreift. Ja, und die beste Waffe gegen einen Auge-Boss ist natürlich Pfeil und Bogen. Eigentlich auch gegen A.S., weil man die dann am schnellsten killt. Kann ich jetzt mal sagen, apropos, wir haben auch gerade einen Bogen, ne? Ja, aber auch ein Pfeil, auch keinen. Könntest du noch nicht... Irgendwann. So, jetzt müssen wir wieder genau an die gleiche Stelle, wo wir eben waren. So, dann haben wir wieder dauerhaft. Oh, 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 oh. Könntest du jetzt den Weg? Nein, falsch. Ich kann ja mal einen untoten Minarbeiter zeigen, Alter. So, mal wenn sie droppen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt droppen. Falls ihr das wisst, ob Minarbeiter überhaupt meinen Helme droppen. Das ist mir noch nie passiert. Vielleicht ist es auch selten. Kann ja sein, falls ihr das wisst. In den Kommentaren schreiben. Erwähnen. Genau. Passt schon. Passt schon. Das ist ein Zombie im Wasser. Das Dumme ist, dass das Monster im Wasser nicht entlungen. Tja. Wirst du mal. Oh cool. Guck mal hier. Richtig krasser Kopf. Jetzt ist er weg. Ich wollte ihn nötig. Weggefegt. Ich wollte ihn nötig. Und die greift dich auch an. Okay, das ist uncool. Da kommst du nicht durch. Du musst da oben lang. Ja, oder so. Kannst du den Block mitmachen? Ich komm mal später nochmal. Bossen. Du meine Quale. Komm schon. Ich mach das kaputt. Warte ich auch. Dann können wir wieder Glow Sticks machen. Das dürfen wir nicht ersuppeln. Dann steht da wieder. Der Tag nur noch 7. Don't. Keine Ahnung. Out. Und Brace. Wie auch immer. Ich will nicht so gut in englisch. 7 Glow Sticks. Nein. Das sind 3 Glow Sticks. Nein, das waren 7. Das waren 3. Das waren 7 Glow Sticks. Guck. Inventar. Und es waren... Wir haben jetzt 10. Weil wir eben schon 7 hatten. Okay, dann waren es doch 3. Dann habe ich es frisch gesehen. Das waren wir jetzt draußen. Nein. Ähm. Doch, doch, doch. Stimmt. Ich dachte schon. Jetzt komm ich irgendwie nicht wie der Monster. Ich wusste es. Hä? Kein Sinn. Guck mal. Da hängen rote Slimes in der Luft. Nein. Kein Sinn. Im Wasser nebenan. Komm schon weiter. Ich verrecke. Ich lasse dich verrecken. Ja, siehst du? Das hat ein Herz gelobbt. Ich springe erst mal wieder runter. Ja. Also das war es mir eigentlich aus Versehen passiert, dass es da hingekommen ist. Aber dann hatte ich das. Ich sage mal ein Wasser gerade machen, damit ich da nicht sterben bin. Wenn ich da runterfall. Oh man, nein. Dann könnten wir ja da oben was reinpacken. Aber Wasser, das finden wir überall. Aber Lava. Ich habe ein bisschen Lava schon. Oh naja. War. 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 War da ja irgendwie Fangsteine. War. Aber ja. Ich gucke gerade auf die Zeit. Wir müssen jetzt gleich aufhören. Ja. Alles klar würde ich einfach mal sagen. Das machen wir genau bei dieser Fackle. Stopp. Also diese Fackle merken. Oh Gott. Oh Gott, die kille ich jetzt auch noch. Und dann machen wir Schluss. Komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schau dich nicht. Komm schon. Ich bin nicht böse. Okay, da kommt noch eine. Das ist uncool. Egal. 15 Minuten ist maximal neuerdings in Youtube. Obwohl ich nicht ganz weiß, ob das stimmt. Jetzt kommt noch eine. Hey man, unten ist ein Cave-Bud-Spawner. Junge, Junge, Junge. Jetzt kommt noch eine. Alles klar, dann machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal.